Halli und Hallöchen meine lieben Freunde ihr merkt schon, hey Digga was machst du in dem Menü-Screen und hey Digga warum sind keine anderen Leute dabei ganz einfache Sache und zwar folgendes ich hab die letzte Folge mit Max alleine aufgenommen Aline konnte nicht und sonst hatte auch kein anderer Bock auf jeden Fall tut mir echt leid die Folge irgendwie hatte währenddessen musste ich mein Mikro habe ich aus Versehen ausgesteckt während der Folge und dann wollte Fraps nicht mehr und Fraps hat dann ganz am Ende abgekackt kam zu einem Standbild die Datei hat nicht mehr existiert und hatte eine unbekannte Länge, unbekannte Anfangsdatum und wollte sich deswegen nicht rennen lassen deswegen ging das alles nicht es tut mir leid das heißt das Video ist jetzt weg ich habe nichts gemacht außer ich war in der Mine und bin raus wir waren ja in der Mine in der 5. Folge und ich bin rausgedingst aus der Mine weil ich mich mit Max eigentlich zu Hause treffen wollte bin ich nach Hause gegangen hab mein Zeug abgelagert und dann bin ich Rubber holen gegangen weil ich das brauch um Zeug zu craften bin dann halt alleine los bin Rubber gegangen zum Spawn deine Nähe war im Zumpf und da gab es richtig viel Rubber und das war's mehr habe ich eigentlich in der letzte Folge noch gar nicht gemacht ich hoffe ihr verzeiht mir dass es weg ist und wer die Folge sehen will auch ihr könnt die Folge untergequatsche sehen das war echt lustig nur halt nicht meine Sicht sondern ihr könnt bei Max einfach schauen da sollte die Folge auch heute oder gestern oder morgen hochkommen also schaut einfach in diesem Zeitrahmen bei ihm mal vorbei und das ist bei ihm auch die sechste Folge von dem her ja Leute macht's gut tut mir leid dass es heute nix wurde und ich hoffe ihr verzeiht mir ja macht's gut adios amigos und ciao ciao